Guten Morgen, hallo wach! Es ist Dienstagmorgen, wir haben den 6. Juni und in diesem kleinen Clip geht es um den Stenpour 500 und den Dow Jones. Ich hatte ja am Wochenende euch mal so einen Vergleich gezogen, was sie bisher alles für eine Jahresperformance hatten. Da ist der Dow Jones verglichen mit vielen, vielen Indizes mit 1,1 Grad Prozent oder jetzt sind es über 2 Prozent ganz weit hinten. Der Stenpour ist irgendwo in der Mitte mit 10, noch was. Vor euch liegt der Stenpour. Das habe ich gestern etwas Interessantes gefunden. So hier, das war Markus Koch, das war auf LinkedIn. Ich weiß nicht, warum das hier grau ist. Keine Ahnung, ich will damit nichts verdecken. Wenn man den Stenpour 500 Anfang Dezember bei 100 indexiert, sind sieben der darin besonders hochgewichteten Aktien, nämlich Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla, um 44 Prozent gestiegen und die verbleibenden 493 Werte um 1 Prozent. Und das zeigt er hier in dieser Grafik. Das heißt, diese Aufwärtsbewegung ist auf sehr wackeligen Säulen gebaut. Wenn einer von denen mal wieder durchdreht, dann kann er so ganz schnell wieder runterkommen. Aber letztendlich, es zeigt, dass die Masse der Werte nicht wirklich mitgegangen ist. Beim Nasdaq ist das prozentual weniger, aber vom Prinzip her gleich. Da sind es auch nur fünf Werte, die gestiegen sind. Und die anderen 95 sind leicht gestiegen oder sogar im Minus. Also der macht manchmal richtig gute Sachen, der Markus Koch, muss ich wirklich sagen. Und dieser Vergleich, der gefällt mir. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, die sind aber auch im letzten Jahr heftig gefallen. Das Argument lasse ich gelten. Aber man muss sich das immer mal wieder vor Augen führen, dass diese Säulen nicht besonders stabil sind, weil es einfach zu wenig Säulen sind. Es ist nicht der Gesamtmarkt. Am nächsten Mittwoch, das ist der 12., glaube ich, tagt ja die FED. Dann wird es auch noch mal spannender. Wir haben es gestern im DAX gesehen, am Montag. Auf einmal kam dann irgendeiner der EZB-Banker und sagte dann, also Sommerpause, tja, weiß nicht, ob wir da nicht doch was erhöhen. Und das hat gleich dem DAX auch mal wieder einen Tritt in den Hintern gegeben. Diese ganze Zinsgeschichte ist noch nicht vorbei. So, und jetzt haben wir hier den Stand pur. 4.325 ist dieses Hoch aus dem August letzten Jahres. Wir handeln deutlicher über der 200-Tage-Linie, das ist der Tagesschart hier, über der 200-Tage-Linie. Und wir liegen kurz davor. 4.274, also noch 50 Punkte davon entfernt, haben wir gestern geschlossen. Wir gelten als technisch hoch, sowohl über das MACD als auch hier über den Oszillator. Es ist die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Welle, die wir spielen momentan. Das ist ein Widerstand. Zeige ich dir das mal ganz kurz auf Wochensicht, wo wir uns da befinden. Hier. Der gelten wir also schon als heftigst überkauft, und zwar seit Anfang April. Das ist, es ist viel, er ist hoch. Aber jetzt zeige ich euch mal ein anderes Bild, was ich noch gemacht habe. Gucken, was er dazu sagt. Das hier sind jetzt die FIBO-Retracements von dem All-Time-High, 22.12.21, bis zu dem Low, was wir hatten letzten Jahres, bei 3.501. Dann schaut mal, wo wir liegen. Ziemlich genau an der eben beschriebenen 4.325, 10 Punkte tiefer. Und ist das 61er Retracement. Ich mache das nochmal ein bisschen größer, dass man es besser sieht. So, hier. Von dieser ganzen Bewegung haben wir jetzt, ja, mehr oder weniger schon erreicht, das 61,8er. Das heißt nicht, wir sind technisch auf Tagessicht hier hoch, überall. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier sofort hier runterfallen. Aber das ist für mich, und das ist ja das, was ich immer suche, diese Cluster. Wir haben hier also einen Chartpunkt, und wir haben hier ein FIBO-Retracement. Und wir haben eine Technik, die sehr hoch ist. Und ich halte diesen Widerstand hier zwischen der 4.315 und der 4.325 für, das ist eine fette Barriere. Also ich glaube nicht, dass hier die Kurse irgendwie nennenswert in den Himmel wachsen. Vor allen Dingen nicht vor dem Hintergrund der Fettsitzung nächste Woche. Beim Standpool im Gegensatz zum Dow habe ich kein Problem, Scheine zu finden. Und zwar habe ich den hier genommen, ich habe einen Call. Basis 4030, der ist hier unten, unterhalb des Bandes. Auf den ersten Blick ist das weit weg, und es ist auch nur ein 17er Hebel. Aber der kommt für mich nur dann in Frage, wenn wir wirklich hier durchgehen. Und zwar nicht nur 4.325 oder 30 oder 40, sondern das müssen schon so 50, 60 Punkte werden. Dann kann ich ja auch einen hineinnehmen, der unter der 20-Tage-Linie liegt. Kann ich machen. Aber der kommt momentan, das ist kein Kauf für mich jetzt, wirklich nicht, weil ich das halt als fette Resistance hier ansehe. Aber es ist mal ein Vorschlag. Als Putt habe ich die 4.517. Muss ich den mal kurz rausnehmen. 4.517. Da sind wir hier hinter. Hinter diesem Hoch. Nicht dieses hier, hinter diesem Hoch hier. 4.517. Hat auch einen 17er Hebel. Wenn ich merke oder feststelle, dass jetzt über mehrere Tage dieser Widerstand hier akzeptiert wird vom Markt, dann ist das ein Putt, der bei mir ins Portfolio kommt. Also ich denke einfach, der hat wirklich schön gearbeitet. Vor allen Dingen hier seit Anfang Oktober, wie ja die meisten Indizes, DAX war ja bei 11.8 oder so was. Hat schön gearbeitet, braucht eine Pause. Hat er sich verdient. Ich sehe es nicht so positiv hier. Jetzt gehen wir mal auf den DAO. Hier hat er sich einfach mal eine ganz einfache Linie gezogen. Auch von dem Hoch vom 05.01.22. Hat einige Berührungspunkte. Also hat von daher eine Daseinsberechtigung. Und deswegen, aus diesem Grund hier, mag ich diese vertikalen Linien nicht so sehr. Hier haben wir auch drüber geschaut. Hurra! Haben aber dieses Hoch nicht überboten. Das heißt, diese Linie hier, ich will wissen, wo die ist. Und die verbindet sich momentan mit dem oberen Bollinger Band. Aber mir sind die horizontalen Linien lieber. Und das wäre beim DAO für mich 34.074. Die Verbindung aus dem und dem. Erst dann sage ich, okay, wir können die Linie vergessen und wir haben ein bisschen mehr Spaß nach oben. Der DAO ist nicht so hoch. Wir haben ja nur ganz wenig gewonnen in dem Jahr. Und ich habe diese Linie hier mal vorbereitet, diese Liste vorbereitet. Das hier sind die Gewinner auf Sicht von 6 Monate. Salesforce, Microsoft, Apple und Boeing. Der ganze andere Rest hat wenig gemacht. Ganz, ganz wenig. Bis American Express runter. Und das sind jetzt gerade mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Werte. Die Rote Laterne liegen besser als der DAO. Der ganze andere Rest, also sprich die anderen 21 Werte, liegen alle drunter. Die rote Laterne, Drake Walgreens. Da sind wir bei minus 26%. Aber da sind halt auch große Firmen dabei. Chevron, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, IBM, Home Depot. Die liegen alle deutlich schlechter. Auch hier sind die Säulen nicht besonders stabil. Ich finde, man muss da immer mal wieder hingucken. Aber ich möchte jetzt allgemein sagen, ich gucke wenig Analysen von meinen Berufskollegen. Da gibt es ganz wenige, die ich mir dann halt immer wieder anschaue. Da habe ich einen Wieland Stau, den Martin Uttschneider, den Jörg Scherer. Und da kommt lange, lange nichts. Da gucke ich immer mal wieder hin. Aber wenn ich mal so das Gros der Berufskollegen sehe, ist es mir in 35 Jahren nicht passiert, dass ich so eine eklatante Differenzen habe. Das geht von, jetzt mal von DAX gesprochen, 11.800 auf 18.000 noch in diesem Jahr. Und jeder von denen, insbesondere von denen, die ich gut halte oder für gut halte, hat absolut einleuchtende Argumente. Ich kann den verstehen, der 11.800 ausruft, genauso wie den, der 18.000 ausruft. Und das habe ich ganz, ganz selten gesehen. Das ist sehr, sehr schwierig und sehr, sehr selten, dass die Meinungen so auseinander gehen, so extrem auseinander gehen. Zurück zum DAO. Wir haben jetzt hier in der letzten Korrekturbewegung die 200-Tage-Linie gesehen, auch mal kurzfristig unterboten, sind aber nie abgeprallt. Wir haben auch das untere Band als Unterstützung akzeptiert. So gesehen ist der Chart grundsätzlich in Ordnung. Es fehlt mir aber das Überbieten der 34.100, um zu sagen Hurra. Habe ich nicht. Für den DAO gilt die Fettsetzung nächste Woche ganz genauso. Gestern hat Apple seine Entwicklerkonferenz ausgerufen. Ich kenne bei Leuten, die sich damit wesentlich besser auskennen als ich, dass Apple irgendwann mal so eine Brille bringt. Das war jedem klar. Und dass Apple, wenn sie eine Brille bringen, die in den Markt geht, das optisch besser macht als alle anderen Firmen, siehe iPods oder die ganzen iPhones. Aber die haben es einfach drauf, Produkte zu machen, die jeder mit Stolz trägt. Sagen wir es mal so. Dass die dann da eine Brille bauen werden, die gut ist, gar keine Frage. Ich erinnere mich an die Vorstellung des iPads, wo dann der Steve Jobs auf die Bühne kam, hatte das iPad in der Hand, hält es in das Publikum rein und dreht es. Und man kann es trotzdem lesen. Da ging Raunen durch den Saal. Aber so wie ich das mitbekommen habe, da war gestern nichts mit Raunen. Und dann auf einmal ging es ja rund davon, ich weiß nicht, 1,85 auf 179, wo sie waren, irgendwie so ein bisschen leichte Enttäuschung. So nach dem Motto, ja, wir arbeiten dran, aber es ist noch nicht ganz fertig. Und damit hat eigentlich die Community gerechnet. Und wenn da mal eine Apple ein bisschen fällt, und das sind 6 Dollar, das ist im Prinzip nicht so viel, dann hat es auch einen Impact auf den Markt. Jetzt haben wir hier das oberste Band als Widerstand. Wir haben diesen Trend als Widerstand. Und wir haben, das ist das Hoch hier vom 28.04. und vom 13.04. bei ganz knapp unter 34.100 als Widerstand. Ich habe keinerlei Verkaufssignale. Das sieht noch in Ordnung aus. Aber wie gesagt, der Dow war seit Beginn des Jahres der schwächste oder einer der schwächsten Indizes, die ich betrachte. Gibt es noch schlimmere, aber der hat ja gar nichts gemacht. Wo ist denn der? 1.1. ist hier, oder? Wo ist der hier? 6.1. da? 3.1. hier. Da. Wenn ich jetzt die Linie reinziehe, wir liegen, wir haben genau da angefangen, wo die 20-Tage-Linie war. Ich sehe hier auch keinen Grund, warum ich jetzt sagen muss, hurra, die Hosse geht los. Habe ich noch nicht. Ich habe trotzdem mal ein paar Scheine mitgebracht für euch. Und zwar, und mein Problem mit dem Dow ist, die Scheine, ich suche die nicht nach dem Hebel aus, sondern wo sind die letzten Unterstützungen, die letzten Verlaufstief, die letzten Verlaufshoch. Das letzte Verlaufstief ist nämlich das hier. Und da bin ich schon drunter gegangen mit 32.400. Das ist trotzdem ein 27er Hebel. Aber wenn da über Nacht was passiert, das Ding handelt irgendwo so bei, ich glaube, 11.30 Uhr, 12. Wenn da irgendwas passiert, und das ist nicht viel, 32.400 bezogen auf den Schlusskurs, das sind 11.00 Punkte, das macht er in zwei Sitzungen. Das haben wir hier auch gesehen. Das war ja eine Bewegung von, was waren das, 748 Punkten. Das klingt erstmal viel, prozentual, das ist gar nichts. Verglichen auf die Deutsche Bank wären das 18 Cent. Das ist nichts. Den Put, da habe ich eine Basis 34.839. 34.839, da sind wir hier oben. Und jetzt muss ich den da mal rausnehmen, 34.839. Da sind wir hinter diesem Freund hier, hinter diesem nächsten Zwischenhoch. Und wo ist es jetzt wieder? 34.839. Die ist für den Fall, dass wir auch hier, ähnlich wie beim Standpo, uns jetzt hier länger aufhalten, uns nicht schaffen, in der Zwischenzeit die Technik weiter steigt. Und dann irgendwie das Newton'sche Gesetz der Schwerkraft der Börse irgendwie befolgt und mal wieder ein bisschen runter geht. Also daraus ist so eine Geschichte, die handele ich ungern. Das macht mir einfach keinen Spaß. Standpo, wie gesagt, kommen wir an Bereiche, Bereiche, die definitiv eine fette Resistance bilden. Also ich bleibe hier insgesamt vorsichtig. Noch lasse ich mich nicht von meiner Meinung abbringen, dass wir Ende September tiefere Kurse sehen werden. Egal wo, Nasdaq, DAO, Stenpour, DAX. Vielleicht gehen wir zwischenzeitlich mal ein bisschen höher. Nächste Woche wird es super spannend. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.